Pferd sein in der Schweiz kann viele Formen haben. Wir erfassen die Fakten, damit Sie Ihre Interessen gut vertreten können. 15.000 Pferdebesitzende werden zufällig ausgewählt. Dank Ihren Antworten wissen wir, wie es heute um die Äquiden der Schweiz steht. Sind Sie dabei? Herzlichen Dank fürs Mitmachen! Ihr Schweizer Nationalgestüt in Avange www.pferdebesitzende.de 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 www.pferdebesitzende.de